Ja und irgendwann, das geht dann sehr schnell, dann ist man körperlich abhängig und ja, dann ist es, fängt es an schwierig zu werden. Ich habe zehn Jahre versucht aufzuhören, habe in dieser Zeit mehrere Langzeittherapien gemacht, war auch mal fast sechs Jahre clean. Die Tage lang hier schlafen können, Nervosität und das nachts, gerade jede Minute, wie eine Stunde ist, das hat eins vermatert. Die Ärzte meinen wohl, dass es hier so magisch und daher, können wir kurz. Ihre Sucht hat sie ins Verderben gezogen. Mehr als 120.000 Heroinabhängige in Deutschland. Für 1000 von ihnen das Angebot, an einer bundesweiten Studie teilzunehmen, die vor drei Jahren gestartet ist. Patienten, die seit mehr als fünf Jahren an der Nadel hängen, werden zum ersten Mal mit eben dem Stoff behandelt, der ihr Leben weitgehend zerstört hat. Mit Rauschgift, mit Heroin. Zwei- bis dreimal täglich bezahlt vom Staat. Eine saubere Alternative zu dem Dreck von der Straße. Die Droge als Medizin, durchgereicht auf einem Tablett. Der Staat quasi als Dealer. Eine staatliche Drogenausgabe für jedermann und ganz unkontrolliert? Keineswegs. Weil aber dieses ehemalige Polizeigebäude ausgerechnet in der Nähe einiger Schulen als Drogenambulanz herhalten sollte. Unruhe in Hamburg. Ein ganzer Stadtteil in Aufruhr. Schulkinder, Eltern und Geschäftsleute. Hilfe für Junkies? Ja, aber nicht hier. Ich bin der Meinung, Junkies und Kinder gehören einfach nicht zusammen. Und dafür fürchte ich, dass die mich auch persönlich angenommen haben. In der Aula einer katholischen Schule kaum Platz mehr für nüchterne Argumente. Ich als Mutter habe Angst, dass meine Kinder die Drogen auf dem Teller serviert bekommen. Und jetzt sind tausende von Schülern, tausende Mütter, tausende Väter haben Angst. Soll ich mir wünschen, dass mein Kind drogenabhängig wird, damit die Politik sich um mein Kind kümmert? Die, die das wollen, dass hier die Diener herkommen, die sollen hierher ziehen. Und wir ziehen alle in ihre schönen Gegenden. Die Drogenambulanz muss also woanders hin. An einen Kanal. Auf ein verstecktes, in sich geschlossenes Gelände der Deutschen Bahn. 56 vorgefertigte Wohncontainer sind jetzt zusammenzufügen. Künftige Adresse Högerdamm Nummer 30. 230 Patienten sollen hier in Hamburg ambulant behandelt werden. Weit mehr als in irgendeiner anderen Stadt, die an der Heroinstudie teilnimmt. Nach alarmierender Drogentodesrate und Ausbreitung von Aids ist von der Hansestadt auch die Initiative zu dem gesamten Projekt ausgegangen. Vor über zehn Jahren. Langes politisches Ringen bis zur Realisierung durch Bund, fünf Länder und sieben Städte. Als ersten Schritt machen sich Sozialarbeiter auf zur Rekrutierung von Schwerstabhängigen. In der Drogenszene versuchen sie, Süchtige vom Ziel des Projektes zu überzeugen. Gesundheitliche und soziale Stabilisierung, raus aus der Kriminalität. Ich habe wenigstens ein paar abgeschlossene Therapien gemacht. Sieben abgeschlossene Therapien habe ich drauf gemacht. 25 Jahre bin ich drauf. Das ist alles super. Über 23 bist du auch. Über 23 bist du auch. Ich bin 36. Und du bist auch in den letzten zwölf Monaten in Hamburg gemeldet gewesen. Ich bin in den letzten 13 Jahren, ja. Ich denke, dass das was für dich ist dann. Ja, ich hoffe auch, dass ich da reinkomme, weil ihr macht ja die... Das muss leider gelost werden, weil es eine Arzneimittelstudie ist, genau. Eine Ärztin beim ersten Kontakt mit einer interessierten Heroinabhängigen. Ich habe vor einem halben Jahr, habe ich euch schon mal gehört, also gehört, dass, überall hängt es ja aus und so weiter. Hatte dann auch einen Termin, war aber psychisch sehr angeschlagen und konnte den absolut nicht wahrnehmen. Ihr müsst andauernd wieder irgendwelche Einwilligungen unterschreiben und die Einwilligung geben, dass wir euch untersuchen, dass ihr einverstanden seid. Ihr bindet euch damit aber an nichts. Keiner, du auch nicht. Du kannst morgen sagen, tschüss. Ich finde das super, dass das Ding läuft, weil also ich habe keinen Bock mehr auf den Dreck. Wenn zur Untersuchung eines möglichen Teilnehmers Blut abgenommen werden muss, gibt es häufig Probleme wegen kaputter Venen. Wie können denn die Patienten sich selber spritzen, wenn die Venen... In die Leisten, in die große Leistenvene ist natürlich gefährlich. Wenn da mal ein Abszess ist, da sind die ganzen großen Gefäße fürs Bein, dann ist also ein generalisierter Infekt für den Körper nicht mehr fern. Und das kann lebensbedrohlich sein oder gefährlich fürs Bein. Der 35-Jährige in banger Erwartung, ob er die Kriterien für die Studie erfüllt. Sie brauchen eine ganze Menge, ne? Ja, weil wir die ganze Infektionstherologie für Hepatitis und HIV nochmal machen müssen, auch wenn es Werte gibt. Wir sind bei der Studie gehalten, nur die eigenen Ergebnisse zu verwenden. Und dann werden wir dich beim nächsten Termin gleich bei der Expertenkommission, sobald alles hier ist, vorstellen. Also bist du so gut wie drin. Und welche Gruppe, kann ich nicht sagen. Ist ja klar. Ob in die Gruppe, die hier am Högerdamm täglich Heroin erhält, oder in eine für die Studie ebenso wichtige Vergleichsgruppe, die sich mit der wenig beliebten Ersatzdroge Methadon befasst, entscheidet das los. Seit 20 Jahren ist Sven Uwe, gelernter Zimmermann, heroinabhängig erzählt, wie es ohne ist bei Entzug. Ja, da fängt man an zu frieren, die Nase fängt an zu laufen. Ja, und je länger man wartet, dann fängt die Knochen an weh zu tun, die Beine an zu zittern, die Arme. Man ist teilweise körperlich, fühlt man sich völlig erschöpft. Aber das Problem ist irgendwie, man kann nicht ruhig sitzen, man kann nicht ruhig liegen. Man fängt an zu schwitzen, zu frieren. So alle 20 Minuten kommen halt eben, ja, Schüttelanfälle, so ein frostiges Zittern, wie, ja, was, wenn man Fieber hat oder gleich noch eine steile Grippe. Und das geht über Tage hinweg. Und man kann einfach nicht einschlafen und die Arme nicht ruhig halten und die Beine. Da wird noch der Nummernaufruf geprobt im großen Wartesaal der Drogenambulanz. Als erster Patient der Studie zittert Sven Uwe, ob ihm ein gütiges Schicksal heute den mühelosen Weg zu reinem Heroin beschert. Premiere auch für die begleitenden Ärzte. Wir wissen auch nicht, was in dem Umschlag drin ist, wenn du jetzt gleich ziehst. Wir wissen es nicht vorher, wir konnten es auch vorher nicht bestimmen, haben noch keinen Einfluss drauf gehabt. Okay. Den 28. August 2002 wird Sven Uwe nicht vergessen. Endlich mal ein Volltreff. Sauber, ha ha ha, um in die Zukunft. Dankeschön. Toll, ganz toll. Freue ich mich. Nee, auch. Herzlichen Glückwunsch. Danke, jetzt können wir noch machen, dass wirklich stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. So, ich schaub drauf. Manchmal, ja, es ist ein Glück. Es ist echt, wow, so ein Schuss. Wow. Der nächste bitte. Heinz, gelernter Fliesenleger, 47 Jahre alt. Seit 32 Jahren heroinabhängig. Mit 13 Hasch, mit 15 der erste Schuss, erzählt er. Wegen Beschaffungsdelikten insgesamt sieben Jahre hinter Gittern. Du hast ein Merkblatt von mir bekommen, das hast du auch da durchgelesen, das haben wir zusammen durchgelesen. Aber ich will einfach nochmal, dass du auch guckst, Heinz, wenn wir hier stehen, dann wir hier auch stehen. Heinz, muss ich nochmal eine zweite Einwilligung haben von dir? Das sind einfach formale Gründe, was ich auch richtig finde. Du weißt, dass du jederzeit ohne Angabe von Gründen aussteigen kannst. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der Methadon verträgt der nicht gut. Muss die Nummer 3 kommen da, 1003. Ja. So, du guckst bitte, die ganzen Siegel sind unversehrt. Ich habe eigentlich nie Glück gehabt, denn ich habe mal echt. Du bist in der Methadongruppe drin. Methadon? Mhm. Und im Case Management. Du weißt, du hast jetzt noch Zeit, dir das zu überlegen auch. Mhm. Du weißt, dass du nach einem Jahr in der Heroingruppe nachrücken kannst, in der Behandlung folgst. Mhm. Also ist es im Grunde genommen im Moment für dich, sage ich mal, eine große Enttäuschung, dass du jetzt in dieser Methadongruppe gelandet bist und stehst dann auch noch vor der Entscheidung, dich für ein Jahr erstmal auf ein Medikament einzulassen, wo du schlechte Erfahrungen mitgemacht hast. Also im Grunde genommen eine ganz schwierige Situation. Ist es, ja. Wie haben Sie Muskelkrämpfe? Ja, etwas, aber nicht viel. Zeig mir mal deinen Puls. Der warst du nicht. Was denkst du selbst, wann du was brauchst? Nur lange dauert es nicht mehr. Was heißt das? Das ist ja relativ. Ja, sagen wir vielleicht nur eine Stunde. Eine Stunde, okay. Wir müssen jetzt möglichst die Blutentnahme machen und die Untersuchung, weil die muss vorher laufen. Sven-Uwe in dringlicher Erwartung seines ersten Schusses sauberen Gratis-Heroins. Vorher noch rasch ein paar Untersuchungen. Ja, da könntest du auch treffen, wenn du Glück hast. Hinter einer Trennscheibe aus Panzerglas der Hochsicherheitstrakt. Spritzen verschiedener Kanülengröße werden hier aufgezogen mit in Wasser gelöstem Diamorphin. So heißt das von einem europäischen Pharmaproduzenten aus Rohopium hergestellte Heroin, das in einem Tresor verwahrt wird. Alle paar Wochen wird hier mehr als ein ganzes Kilo angeliefert. Aber den Transport zu filmen, bleibt uns kategorisch verwehrt. Die erste Spritze der drei Jahre dauernden Heroinstudie in Hamburg. Bestimmt für Sven-Uwe, der ab jetzt nicht mehr 100 Euro täglich auftreiben muss, um seine Sucht zu stillen. Injektion unter genauer ärztlicher Beobachtung. Man drückt die Spritze ab und es kommt ein, wie im Bauch. Da breitet sich ein Wärmeball aus, der durch den ganzen Körper fließt und so. Man fühlt sich unheimlich entspannt und unheimlich wohl. So praktisch wie ein Motterschoß sozusagen oder so. Und das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Wie lange hält das an? Na, das kann so gut sechs, sieben Stunden anhalten. Und bis man richtig affig wird, so bis zu zwölf Stunden. Und dann? Dann braucht man einen neuen Druck. Ein halbes Jahr später findet Marc zu dem Heroinprojekt. Der 32-jährige gelernte Koch, seit Jahren arbeitslos, pendelt jetzt dreimal täglich zwischen der Ambulanz im Zentrum Hamburgs und seiner Einzimmer-Sozialwohnung im Osten der Stadt. Auch er hat ganz früh mit Hasch begonnen aus Neugier. Dann Ecstasy, Speed, Kokain, Heroin, Nächte in der Disco, Rausch und Depression, schwere psychische Störungen. Ein Gedicht des tibetischen Buchs vom Leben und Sterben bezieht er auf sich. Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos wieder herauszukommen. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann es nicht glauben. Schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Es widerspiegelt einfach mein Leben, dass ich immer den gleichen Fehler gemacht habe. Ich möchte raus aus meiner Situation und falle immer wieder in dieses Loch hinein. Und es ist immer wieder eine Spirale. Ich komme mir teilweise vor wie ein Hamster in so einem Hamsterkäfig. Der sich immer wieder in so ein Rad dreht. Der gerne raus möchte, aber immer den Ausgang eigentlich nicht findet. Alle sechs Stunden treibt es ihn zur Ambulanz. Nadelgeil nennt er das. Die verschiedensten Therapien hat er hinter sich. Immer wieder wurde er in Kliniken zur Entgiftung eingeliefert, war eine Weile lang clean und ist dann wieder rückfällig geworden. Seine Eltern, so Mark, hatten beruflich mit Süchtigen zu tun. Die Abhängigkeit ihres eigenen Sohnes aber hätten sie lange nicht erkannt. Die Venen sind inzwischen so kaputt, dass er zum Injizieren nur noch die Leiste nehmen kann. Äußerst gefährlich ist das. Irritation in der offenen Drogenszene. Roland Schill, jetzt Innensenator in Hamburg, will mit allen Bandagen die Süchtigen verjagen. Viele trauen der Studie nicht. Drogenabhängige Probanden werden verzweifelt gesucht. Es ist sogar die Rede davon, das 14 Millionen Euro Projekt drohe zu scheitern. Für die bisher rekrutierten Patienten, denen am Högerdamm zwei bis dreimal am Tag die Gratisdroge verabreicht wird, denen auch soziale Betreuung zukommt, eine schlimme Aussicht. Ich bin seit 26 Jahren abhängig und durch das Projekt habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich wie jeder normale Mensch zu bewegen. Und würde das eingestellt werden, hat das wieder zur Folge, dass ich Entzüge, die ich unter Umständen nicht schaffe, Kriminalität und alles, was eben so dranhängt, mich wieder damit auseinandersetzen muss. Das wäre eigentlich für mich persönlich eine Katastrophe. Nicht nur für mich, also auch für viele andere. Sehr unterschiedliche Gründe mag es geben für die Startschwierigkeiten der Studie. Weil viele das Programm sehr schlecht machen. Das heißt, das würde nicht helfen, das würde nicht wirken. Und natürlich reden auch viele Dealer das den Ärzten aus, weil sie ihr Geschäft nicht kaputt machen möchten. Ich denke, die wesentlichen Gründe sind die, es gibt durchaus viele Patienten, die für die Studie Interesse zeigen, die auch in Frage kommen. Aber bei dieser Unzuverlässigkeit und dem anstrengenden Leben in der Drogenszene, kriegen sie es einfach nicht hin, die fünf bis sechs Termine, die sie vor Einschluss in die Studie wahrnehmen müssen, eigenverantwortlich zu absolvieren. Dabei kommt man vielen Patienten schon sehr entgegen. Wie auch dem Ägypter Ayman, der mit dem Drogenbus zur Voruntersuchung bei einem ambulanten Arzt begleitet wird. Allein würde es der 37-jährige Obdachlose seit zwölf Jahren an der Nadel gar nicht schaffen. Wir machen dann noch eine Untersuchung, wie die genaue Abläufe weiß ich auch nicht. Ja, Namen, Vornamen und Geburtsdatum auf. Der Ägypter, der seit 1989 in Deutschland lebt, ist dankbar für die Hilfe, die ihm hier zuteil wird. Für sorgfältige, ärztliche Betreuung. Zwei Mitarbeiter der Heroinambulanz auf der Suche nach einer schwerst abhängigen Frau, die ihre Verabredung nicht eingehalten hat. Man kennt die denkbaren Zufluchtsorte. Und dann taucht sie doch plötzlich am Drogenbus auf, die gesuchte. Ich verstehe das. Vielleicht erklären Sie mal die Situation. Sie fahren jetzt nicht mit zum Högerdamm. Ich fahre jetzt momentan nicht mit zum Högerdamm, weil ich gerade noch einen Entzug habe. Und es würde ein bisschen länger dauern beim Högerdamm. Und so lange kann ich dann halt nicht warten. Sie müssen jetzt versuchen, sich Stoff zu beschaffen. Ja, genau. Die Sozialhelfer geben nicht auf, drängen die suchtkranke Frau, sich zur Teilnahme an der Studie vorzustellen. Mit Flugblättern in die Szene, intensivierte Suche nach Teilnehmern gegen manchen Widerstand. Und die Leute, die drauf sind, die leben überall in Hamburg und müssen diesen weiten Weg zweimal machen. Jeden Tag. Das ist schon mal was, was mich zurückschreckt. Ich bin, ich wollte eigentlich auch ins Programm. Heroin sich zu beschaffen, das kostet auch eine Haufen Zeit und Geld. Ja, da braucht man nur hierher zu gehen und sich was zu holen. Fertig ist die Kiste. Heroin? Ja, natürlich. Momentchen. Sie sind ja auf der Drogenszene. Ja, ja, das ist mir schon klar. Na ja. Ja gut, aber das kostet Geld. Das kostet Geld. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, das Geld. Und das muss man beschaffen. Das Geld kostet, macht es bei mir aus, dass ich lieber hier kaufe. Also da investiere ich lieber Geld, statt dass ich so eine Strapazen auf mich nehme. Nein, auch noch Gesundheit, ich meine Gesundheit ist auch nicht in Ordnung. Aber das Geld muss man erstmal auftreiben. Naja, ich meine, ich bin jetzt 440, ich bin mit 17, 18 angefangen, harte Drogen. Ich weiß schon, wie das geht. Wie geht's? Das ist, ja, Beschaffungskriminalität nennt man das in der Strafjustiz. Wie viele heroinabhängige Frauen hatte Susanne ihre Sucht früher mit Prostitution finanziert, erzählt sie. Seit 6 Monaten nicht mehr im Teufelskreis, kein Beschaffungsdruck mehr. Ein Leben jetzt mit klaren Spielregeln. Morgens zunächst Alkoholkontrolle durch Pusten, denn Alkohol verträgt sich nicht mit dem Opiat. Im Warteraum trifft die 41-Jährige bei der Patientenausweiskontrolle auf Sven-Uwe. Aber sie haben sich nichts zu sagen. Jeder ist hier für sich. Der Frauenanteil macht bei der Studie nur 15 Prozent aus. Susanne gibt sich gern exzentrisch, mag Gothic-Musik, Tarot, Runen, Fantasy und historische Romane. Das Abitur hat sie auf einem allsprachlichen Gymnasium gemacht, dann sechs Semester Jura studiert. Jeder Patient bekommt hier seine individuell bestimmte Dosis und muss sich nach sogenannter Applikation nach der Heroinvergabe noch eine Zeit lang am Högerdamm aufhalten, um im Fall eines Kollaps medizinisch betreut zu werden. Susanne hat mittlerweile auch psychologische Gruppentherapien erlebt, die zur Studie gehören. Sie weiß jetzt mehr über sich, über ihr Suchtverhalten und ihr soziales Umfeld. Statt wie früher permanent anzuschaffen, um den nächsten Schuss zu bezahlen, hat sie jetzt viel Zeit für sich selbst. Das Hamburger Museum für Völkerkunde hat es ihr angetan, besonders die ägyptische Abteilung. Da findet sie Ruhe, Besinnung und einen Funken Hoffnung, doch vielleicht irgendwann mal ganz loszukommen von der verheerenden Sucht und ein einigermaßen würdiges Leben zu führen. Früher war man ja nur mit, war man ja nur beschäftigt mit Geld, Geld besorgen, Drogen besorgen und so weiter. Man hatte gar nicht, das nahm einem so viel Kraft, so viel Energie, dass man seine Interessen so zurückstellen musste und so. Und jetzt finde ich wieder Zeit für sowas, weil dafür braucht man auch sehr viel Zeit und sehr viel Ruhe. Und das habe ich jetzt wieder. Also auf jeden Fall meine Lebensqualität, die hat sich total verbessert. Also es ist wie vom Schatten ins Licht, so kann ich das symbolisch richtig mal sagen, ja. Heinz jetzt auf der Wartebank. Wenn einer aussteigt, kann er bald in die Heroingruppe wechseln. So lange muss er mit Methadon durchstehen. Hallo. Hallo. Eine ganze Wochenration auf einmal kann er sich da an verschiedenen Ausgabestellen abholen. Immerhin ermöglicht dieser einmal am Tag zu schluckende Stoff auch mal kurz verreisen zu können, statt dreimal am Tag am Högerdamm zum Spritzen erscheinen zu müssen. Auch medizinische, psychologische und soziale Betreuung wird den Studienteilnehmern der Methadon-Vergleichsgruppe zuteil. Gehen Sie davon aus, dass Sie je frei werden von Heroin? Nein. Nein. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe zehn Jahre versucht aufzuhören, habe in dieser Zeit mehrere Langzeittherapien gemacht. War auch mal fast sechs Jahre clean. Aber nein, das geht einfach nicht. Nein, ich schaffe das nicht. Ich will auch nicht mehr. Nein, ich schaffe das einfach nicht mehr. Der zwischen seinem Zuhause und dem weit entfernten Högerdamm ständig hin- und herpendelnde Marc, jetzt viereinhalb Monate dabei, nur noch ein Schatten seiner selbst. Er kann so gut wie nichts mehr essen, hat 14 Kilogramm abgenommen, wiegt nur noch weniger als einen Zentner. Sein traumatisches Erlebnis geht ihm nicht aus dem Kopf. Vor zwei Jahren ein brutaler Überfall von drei Männern, immer wieder Albträume. Hochgradig depressiv fühle er sich. Unendlich einsam, er habe jeglichen Kontakt zu den Eltern und den beiden Halbschwestern verloren, trauere seiner großen Liebe nach, die ihn wegen seiner Sucht verließ. Mit einem Messer hat er sich Verletzungen an den Unterarmen beigebracht, um mit dem körperlichen, den seelischen Schmerz eine Weile lang zu unterdrücken. Dabei träumt Marc davon, nicht mehr hierher zu müssen, dreimal am Tag. Stattdessen ein Häuschen zu haben mit Garten, eine eigene Familie, einen guten Job, ein ganz normales Leben. Marc, Sie sind jetzt etwa vier Monate hier. Was ist mit Ihnen los? Was hat mit Ihnen los? Mir geht es eigentlich gut. Ich habe leider in diesen vier Monaten oder viereinhalb Monaten sehr viel Gewicht verloren, aus noch unerklärten Gründen im Moment. Und das führt darauf hinaus, dass wir, oder dass ich, am Dienstag ins Krankenhaus gehe. Die Ärzte meinen wohl, dass es viel somatisch ist und daher... Können wir kurz... Marc, völlig am Ende seiner Kräfte, bricht zusammen und wird aufgefangen von zwei Helfern, die sich professionell um ihn kümmern. Ein vertrauensvoller Umgang hier zwischen den Patienten und den insgesamt elf Ärzten, 14 Sozialpädagogen, 22 Pflegekräften, drei Hausmeistern und zwei Verwaltungsangestellten, die in zwei Schichten schweren Dienst tun. Abgeschottet von der Öffentlichkeit hinter Gitter. In den 56 Containern mit Zufahrten für Rettungswagen und Herointransporte werden im Juni 2003 nur 118 Süchtige mit Heroin behandelt und 119 mit Methadon. Nur langsam bewegt sich die Teilnehmerzahl der beiden Gruppen auf die vorgesehenen je 230 zu. So wird erwogen, die Studie zu verlängern. Bei Marc will keinerlei Hoffnung aufkeimen. Der naturverbundene Patient lebt jetzt vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik. Mit einer Gartenarbeitstherapie beschäftigt. Bohnenernte heute bei strahlendem Sonnenschein. Aber Marc verlassen seine düsteren Gedanken nicht. Jetzt hat er einen Entschluss gefasst, der endgültig erscheint. Ich gehe nicht in die Heroinambelanz zurück und ich möchte es auch nicht mehr. Ich habe diese Spritzen satt. Ich habe es satt, ewig in dieser Mühle zu stecken, dass du morgens Gedanken machen musst, wie überstehe ich den ganzen Tag. Ich möchte es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Und wenn es eine Zukunft gibt und eine Perspektive gibt, dann auf jeden Fall nur ohne Substanzen. Noch eine Weile Gartenbau und Hypnose. Rückzug in sein kleines Einzelzimmer. Kürzlich hat er sich ein wenig in eine Borderlinerin verliebt, die jetzt leider mit aufgeschnittenen Pulsadern in einer anderen Klinik liegt. Borderliner wie er, das heißt Leben auf der Grenze. Heißt emotionale Persönlichkeitsstörung zwischen Angstzuständen und Depressionen. Nur noch schwarz oder weiß sehen. Zwei Monate später muss Marc seine Wohnung in Hamburg-Rahlstedt räumen, hofft neuerdings auf eine Traumatherapie in Süddeutschland. Verzweifelt habe er den Eltern geschrieben, aber keine Antwort erhalten, sagt er. Er fürchte, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm wünschen. Am Högerdamm hat er sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Marc wirft jetzt alte Spritzen weg, von deren Besitz er gar nichts mehr wusste. Ja, als ein Scheißgefühl. Also im Moment baue ich damit auch ein tierischer Druck auf. Also es geht mir überhaupt nicht gut damit. Keine Hoffnung für einen neuen Start? Neu Start überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich eher Trauer, Traurigkeit. Für dieses Ding, dass ich hier echt nichts Maßnahmen haben muss. Ich habe hier niemanden mehr und was soll ich jetzt noch hier machen im Endeffekt. Marc fühlt sich mutterseelenallein und völlig überfordert. Er hat Angst, draußen nicht zu überleben. In der Heroinambulanz am Högerdamm finden sich jetzt immer mehr schwerstheroinabhängige Patienten ein. Scheinen mehr und mehr Zutrauen zu dem Projekt zu finden. Im großen Wartezimmer treffen wir den Ägypter Eimann wieder, den wir vor längerer Zeit zur ärztlichen Voruntersuchung begleitet hatten. Wie hat sich Ihr Leben verändert in der Zwischenzeit? Ich habe Zeit für mich. Also ich brauche nicht mehr Geld immer machen für Stoff. Ich kann arbeiten gehen. Ich habe eine Wohnung jetzt. Was arbeiten Sie? Ich bin Informatiker. Ich helfe, Computer installieren, Computer vernetze. Früher habe ich gar keine Zeit gehabt. Ich muss immer hinter dem Geld nehmen. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, gut. So, dann gehst du da jetzt rein und meldest dich da, ja? Okay. Du bist Heinz, ne? Ich heiße Kolb. Der dräben ist das Foto. Ja. Genau. Dann machen wir dir einen Ausweis. Die einen sind im Dunkeln, die anderen sind im Licht. Heinz darf heute nach mehr als einem Jahr von der Methadon in die Heroingruppe nachrücken. Ja, etwas aufgeregt bin ich. Aber das ist ja natürlich auch nicht alltäglich. Was bewegt Sie so heute an dem Tag? Sehen Sie da einen neuen Lebensabschnitt schon? Ja, ich habe 32 Jahre illegal leben müssen. Und heute steht die Möglichkeit, dass ich erstmal in dieses Programm komme. Zum ersten Mal in seinem Leben reinstes Heroin gratis und ohne eine Straftat zu begehen. Noch eine Weile abwarten, wie ihm die Dosis bekommt. So lange Schachspiel gegen seinen Kumpel Horst, mit dem er gemeinsam seit zwölf Jahren in einer kleinen Wohnung in Altona lebt. Auch Horst ist Patient im Heroinprojekt hier. Heinz war dreimal verheiratet. Zwei seiner Frauen sind an einer Überdosis Drogen gestorben. Seine drei Töchter und die Enkel ohne Drogenprobleme. Schon ganz früh morgens am Högerdamm. Marco, den wir erst kennenlernen, als er schon zwei Jahre hier hinter sich hat. Dem 34-Jährigen ist es als einem der wenigen gelungen, einer geregelten Arbeit nachzugehen. So holt er sich nun die Dosis, um den Tag zu überstehen. Und abends nochmal für die Nacht. Sein Vater medikamentenabhängig, ist Marco zunächst im Heim aufgewachsen. Dann bei gewalttätigen Pflegeeltern, erzählt er, Realschulabschluss, eine Ausbildung zum Textilkaufmann wegen harter Drogen abgebrochen. Nur die geliebte, inzwischen verstorbene Großmutter war immer für ihn da. Ihr verdankt er auch eine schöne Eigentumswohnung im vornehmen Stadtteil Eppendorf und eine monatliche Zahlung von 900 Euro. So muss er dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Seit vier Monaten verdient sich Marco hier in einer sozialen Therapieeinrichtung ein Zubrot. Dreimal die Woche Entrümpelungsarbeiten für einen Euro die Stunde. Das stärkt sein Selbstwertgefühl und strukturiert sein Leben. Marco lässt viel hinter sich. Alle möglichen Krankheiten, Husten, Fieber, Durchfälle, die vielen Diebstähle, um den Drogenkonsum zu finanzieren. An den Tag im September 91, als er sich zum ersten Mal Heroin spritzte, erinnert er sich genau. Ich habe damals bei der Bundeswehr einen süchtigen Kamerad auf der Stube gehabt, der mich so angefüttert hat, wie man so schön sagt. Und ja, da bin ich so reingerutscht. Also ja, man entscheidet sich ja nicht süchtig zu werden. Das geht dann automatisch so. Das ist so ein schleichender Weg, der dann passiert. Und das sind jetzt 15 Jahre, die ich jetzt heroinabhängig bin. Erzählen Sie mal ein bisschen davon, wie Sie sich jetzt fühlen, wie es Ihnen jetzt geht. Ja, also mir geht es hervorragend. Ich habe die Möglichkeit jetzt zu arbeiten oder ich kann jetzt wieder arbeiten. Das war ja mal vorher nicht gegeben. Da hatte ich ja auch nicht die Zeit dafür. Sowohl seine körperliche als auch seine psychische Verfassung haben sich deutlich verbessert, seitdem sich Marco nicht mehr mit der Jagd nach Straßenheroin verzehren muss. Für seine Zukunft erhofft er die Zulassung von Heroin als Medikament. Unter ärztlicher Kontrolle für Schwerstabhängige. Die stählerne Brücke, der Kanal, der aus Containern zusammengefügte Bau am Högerdamm, den Patienten hier längst vertraut. Die Abläufe bis zur Injektion und danach Routine. Susanne im neuen, exzentrischen Outfit inzwischen auf zwei Dosen Heroin am Tag eingestellt, morgens und abends. Nummer 320 diesmal. Da ist auch wieder Sven-Uwe. Inzwischen kennen wir fast alle hier Behandelnde und Behandelte. Aber nur wenige sind so offen wie er. Wie lange inzwischen dabei? 14 Monate. Jetzt seit letztes Jahr September angefangen. War eigentlich der Erste, der das Projekt hier dabei war. Das Erste, der das Heroinprogramm gezogen hat, beziehungsweise in Zell. Na ja, also mir bekommt das auch nicht ganz gut so. Bin jetzt eigentlich zufrieden bis jetzt. Susanne ist heute Morgen in Eile. Will tagsüber ihre Mutter besuchen, die sie lange nicht gesehen hat. Muss heute Abend zurückkehren, sich den Schuss für die Nacht holen. In Neumünster hat sich ihre jetzt allein lebende, 60 Jahre junge Mutter eingerichtet. Da überlegt die blumenüberbringende Susanne, wie anders wohl ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie zu Ende Jura studiert hätte. Und wenn sie nicht so extrem genusssüchtig wäre, wie sie ihre Abhängigkeit von Heroin nennt. Jetzt, wo sie in dieser Ambulanz ist, schlafe ich viel ruhiger und bin viel ruhiger. Weil ich weiß, da wird sie gut betreut. Akzeptieren Sie Ihre Tochter so, wie sie ist, in allen Facetten? Ja. Ich hätte es gern anders, aber es ist nicht mehr zu ändern. Und ich, ja, ich habe mich damit abgefunden. Und sie, ähm... Meine kleine Püppi. Meine große. Spießig hat Susanne die Welt außerhalb der Drogenszene oft genannt, wollte nicht so sein. Jetzt sehnt sie sich plötzlich danach, mit ihrer Mutter alte Familienfotos zu betrachten. Fotos. Und die Katze haben wir ja immer gehabt. Ja. Ja, das war doch noch im alten Haus. Ja. Hier, das ist immer Weihnachten. Ja, hier, das ist hier meine... Das ist seine Musch. Ähm... Ja, ist sie auch Püppi. Da, weißt du, wo Frank, da steht, auf dem, wo du mir das geschickt hast, da steht er auf der Brücke. Ja, ja. Da kommt er nicht näher. Von vermeintlich heiler Welt in Neumünster zurück nach Hamburg-Altona in die kleine Wohnung von Heinz. Zehn Monate, seitdem er überglücklich von der Vergleichsgruppe Methadon in die Heroin-Gruppe gewechselt war. Inzwischen will er nichts mehr davon wissen, hat sich ganz von der Studie abgewandt. Ich hatte da viel zu viel erwartet von dieser ganzen Sache. Für mich war das so, ich konnte nichts mehr essen. Hab nur noch, bin da hingefahren morgens früh, hab mir meinen Drog geholt, nach Hause, geschlafen bis 14, 15 Uhr und war nur müde. Nichts anderes, ne. Und es wurde nicht besser und dann hab ich mich runterdosieren lassen. Irgendwann weiter runter, runter, runter. Nichts, brachte nichts mehr, ne. Sehr positiv dagegen die Entwicklung von Sven-Uwe. Nach zwei Jahren die abschließende Untersuchung. Genaue Registrierung verschiedenster Daten. Hast du etwas gehabt in diesen letzten sechs Monaten? Nein, also nichts, was nicht bekannt ist. Kopfschmerzen hab ich ab und zu gehabt mal, ja. Aber ich meine, als du diesen leichten Fieber hattest. Ja, das ist leichten Kopfschmerzen. Das klingt nach so einem viralen Effekt, ne. Das ist auch so, Ende Juni, Juli. Ende Juni. Nee, doch Ende Juni war das. Ende Juni. Die genaue Daten weißt du nicht. Nein, richtig. Ein- und ausatmen. Gut. Gut, zum Glück doch. Momentan ist in Ordnung. Inzwischen 200 Patienten in der Heroin, 201 in der Kontrollgruppe Methadon. Insgesamt 59 weniger als in der Studie vorgesehen. Ja, ich finde, die Studie ist eine gute Sache, ne. Hat zwar zehn Jahre gedauert, bis sie durchgesetzt wurde oder so, obwohl eine Zeit hätte vielleicht schon viel früher stattfinden können, bevor diese ganze Kräck- und Steinsache die Hansestadt überschwemmt hat, ne. Weil mittlerweile ist man ja als Heroinsichtiger ja ein Exot schon fast. Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg. Hier laufen sämtliche Informationen der Studie zusammen. Hier in dem Archiv finden wir für jeden Patienten eine Akte. Eine Akte, wo alle Ergebnisse dann hineinkommen. Diese Akte hat jeweils eine Nummer. Hier sind keine Namen der Patienten zu finden. Es ist also alles anonym. Wir haben hier 1032 Akten von den sieben Städten, die wir hier finden. Und diese Ergebnisse werden dann in ein Computer eingescannt. Und dann gibt es ein Computerprogramm, welches diese Daten überprüft. 1032 Schicksale aufgezeichnet. Eine Viertelmillion Seiten geliefert aus fünf Bundesländer. Ein Team aus Ärzten, Psychologen, Soziologen und Gesundheitswissenschaftlern schickt die Ergebnisse von Hamburg aus an das Bundesinstitut für Arzneimittel in Berlin. Das entscheidet dann zunächst mal über die Zulassung von Heroin als Medikament. Resultat noch offen, Tendenz aber positiv. Über wen sind die eingestiegen und dann sollte man es übertragen. In einem gepflegten Wohnviertel hat derweil Sven Uwe endlich wieder Fuß gefasst. Eine eigene Wohnung bezogen, die er sich hübsch herrichtet. Naja, und dann wenn ich halt eben fertig bin mit Streichen, die Küche fertig ist auch. Wie gesagt, die Ablagefläche drin ist und genau das neue Spielbecken. Naja, der Flur ist ja fast fertig, ich fülle noch die Decke. Und dann Wohnzimmer einmal oben rum so, ne. Na, und dann wird erstmal die Küche ausgeräumt und neu gemacht. Und dann richte ich mich ein so nach und nach, ne. Dann kommen die ganzen Möbel und der ganze Kram. Es klingt paradox. Die Behandlung mit der Droge, die seinem Leben so zugesetzt hat, für Sven Uwe ist sie lebenswichtig. Ja, ich schaffe es zur Zeit ja auch, um mich zu halten. Ich bin seitdem, was ich unter Heroin erreicht habe, dass ich zum Beispiel auch ballkonsumfrei bin. Seit elf Monaten jetzt. Also kann nichts mehr nebenbei, auch kein Korkshäure oder dergleichen. Ja, schaffe ich zu halten. Und das hätte ich, glaube ich, nicht erreicht, wäre ich nicht in dem Projekt gewesen oder so. Also das hat mir schon was gebracht, das Ganze. Wieder in einer Hamburger Klinik sehen wir Mark mit einem Bärchen als Schutzengel, den ihm die Mutter geschenkt hat. Mit seinen Eltern hat er endlich wieder Kontakt. Trost in extremer Situation. Mark musste ein Fuß amputiert werden. Folge eines Arterienverschlusses nach einer Injektion von aufgelösten Tabletten in der Leistengegend. Du bist der wichtigste Schauspieler im Theater deines Lebens. Dieses Plakat hat sich Mark momentan drogenfrei an die Wand gehängt. Neben eigene Bilder. Ich habe mich für mich entschieden jetzt, als ich im UKE war, ich will die Prothese, ich will damit leben, ich will wieder Sport machen. Und vielleicht muss das so kommen, auch wenn es traurig ist. Aber vielleicht war das der Schritt für mich persönlich, wo er einfach sagt, gut, das war es dann. Jetzt hat sich es auch erledigt. Weil noch ein Bein, ich habe nur noch eins, also das kann ich nicht auch noch verlieren. Können Sie sich vorstellen, nochmal irgendwie zum Högerdamm zurückzugehen und in das Heroinprojekt wieder aktiv einzusteigen? Nein, nein. Die Zeit ist für mich durch. Das wäre für mich ein Rückschritt. Also ich will nach vorne gucken und ich will die Therapie machen und hoffe, dass ich danach irgendwie normal leben kann. Dass ich wieder Arbeit habe, eventuell Freunde oder Bekannte, einfach ein klinies Umfeld. Ich habe mit diesen Menschen, also ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Insgesamt zeichnet sich gegen Ende der Studie eine deutliche gesundheitliche Verbesserung der Patienten ab. Und ein Rückgang des illegalen Drogenkonsums. Herbst 2005. Susanne, sichtlich mitgenommen von einer zehrenden, aber erfolgreichen Therapie gegen ihre chronische Hepatitis. Jetzt fürchtet sie mit den anderen Patienten, die Heroinvergabe könne nach dem Ende der Studie jäh abgebrochen werden. Das wäre fatal. Das wäre, ich kann das nicht, also psychischer Zusammenbruch, es wäre ein Rückfall in den alten Teufelskreis. Wieder Beschaffungskriminalität, wieder da, oder überhaupt Beschaffungsprostitution oder wie auch immer. Es muss einfach weitergehen. Es muss, sonst sind wir ja zwei Jahre hier, oder ich mittlerweile ja schon länger, als Versuchskaninchen der Pharmaindustrie missbraucht worden, für nothing. Von der neuen Bundesregierung werden hier und anderswo bald Antworten erwartet. Mutige Antworten. Wie es weitergehen soll mit den hilfsbedürftigen Schwerstabhängigen. Wird es Gesetzesänderungen geben und was sagen die Krankenkassen? Wer zahlt Heroin auf Rezept? Spritzen verschiedener Kanülengröße werden hier aufgezogen mit in Wasser gelöstem Diamorphin. So heißt das von einem europäischen Pharmaproduzenten aus Rohopium hergestellte Heroin, das in einem Tresor verwahrt wird. Alle paar Wochen wird hier mehr als ein ganzes Kilo angeliefert. Aber den Transport zu filmen, bleibt uns kategorisch verwehrt. Die erste Spritze der drei Jahre dauernden Heroinstudie in Hamburg. Bestimmt für Sven Uwe, der ab jetzt nicht mehr 100 Euro täglich auftreiben muss, um seine Sucht zu stillen. Injektion unter genauer ärztlicher Beobachtung. Man drückt die Spritze ab und es kommt ein wie im Bauch. Auch erbreitet sich ein Wärmeball aus, der durch den ganzen Körper fließt und so. Man fühlt sich unheimlich entspannt und unheimlich wohl. So praktisch wie ein Motterschoß sozusagen oder so. Und das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Wie lange hält das an? Das kann so gut sechs, sieben Stunden anhalten und bis man richtig affig wird, so bis zu zwölf Stunden. Und dann? Dann braucht man einen neuen Druck. Ein halbes Jahr später findet Marc zu dem Heroin-Projekt. Der 32-jährige gelernte Koch, seit Jahren arbeitslos, pendelt jetzt dreimal täglich zwischen der Ambulanz im Zentrum Hamburgs und seiner Einzimmer-Sozialwohnung im Osten der Stadt. Auch er hat ganz früh mit Hasch begonnen aus Neugier. Dann Ecstasy, Speed, Kokain, Heroin, Nächte in der Disco, Rausch und Depression, schwere psychische Störungen. Ein Gedicht des tibetischen Buchs vom Leben und Sterben bezieht er auf sich. Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos wieder herauszukommen. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann es nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Es widerspiegelt einfach mein Leben. Ist das hier von dir oder was? Ja. Injektion unter genauer ärztlicher Beobachtung. Du drückst ja ein bisschen, ne? Gut. Hast du noch andere Stellen an, wo du da bist? Ja, Leiste. Leiste sonst? Oder andere Seite. Reinschmeißen. Wunderbar. Zellen drücken. Genau. Hast du eigentlich was gemerkt von unten im Flash eben? Oder war es? Nee, mir wurde nur irgendwie ein bisschen warmer. Mir wurde ein bisschen wärmer. Und mein Mund wurde trocken. Mein Mund wurde trocken, ja. Man drückt die Spritze ab. Und es kommt einem, wie im Bauch, breitet sich ein Wärmeball aus, der durch den ganzen Körper fließt und so. Man fühlt sich unheimlich entspannt und unheimlich wohl. So praktisch wie ein Motterschoß sozusagen oder so. Und das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Wie lange hält das an? Na, das kann so gut sechs, sieben Stunden anhalten. Und bis man richtig affig wird, so bis zu zwölf Stunden. Je nachdem. Dann braucht man neuen Druck. Ein halbes Jahr später findet Marc zu dem Heroin-Projekt. Der 32-jährige gelernte Koch, seit Jahren arbeitslos, pendelt jetzt dreimal täglich zwischen der Ambulanz im Zentrum Hamburgs und seiner Einzimmer-Sozialwohnung im Osten der Stadt. Auch er hat ganz früh mit Hasch begonnen aus Neugier. Dann Ecstasy, Speed, Kokain, Heroin, Nächte in der Disco, Rausch und Depression, schwere psychische Störungen. Ein Gedicht des tibetischen Buchs vom Leben und Sterben bezieht er auf sich. Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann es nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Es widerspiegelt einfach mein Leben, dass ich immer den gleichen Fehler gemacht habe. Ich möchte raus aus meiner Situation und falle immer wieder in dieses Loch hinein. Und es ist immer wieder eine Spirale. Ich komme mir teilweise vor wie ein Hamster in so einem Hamsterkäfig, der sich immer wieder in so ein Rad dreht, der gerne raus möchte, aber immer den Ausgang eigentlich nicht findet. Alle sechs Stunden treibt es ihn zur Ambulanz. Nadelgeil nennt er das. Die verschiedensten Therapien hat er hinter sich. Immer wieder wurde er in Kliniken zur Entgiftung eingeliefert, war eine Weile lang clean. Und Marc völlig am Ende seiner Kräfte bricht zusammen und wird aufgefangen von zwei Helfern, die sich professionell um ihn kümmern. Ein vertrauensvoller Umgang hier zwischen den Patienten und den insgesamt elf Ärzten, 14 Sozialpädagogen, 22 Pflegekräften, drei Hausmeistern und zwei Verwaltungsangestellten, die in zwei Schichten schweren Dienst tun. Abgeschottet von der Öffentlichkeit hinter Gitter. In den 56 Containern mit Zufahrten für Rettungswagen und Herointransporte werden im Juni 2003 nur 118 Süchtige mit Heroin behandelt und 119 mit Methadon. Nur langsam bewegt sich die Teilnehmerzahl der beiden Gruppen auf die vorgesehenen Je 230 zu. So wird erwogen, die Studie zu verlängern. Bei Marc will keinerlei Hoffnung aufkeimen. Der naturverbundene Patient lebt jetzt vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik. Mit einer Gartenarbeitstherapie beschäftigt. Bohnenernte heute bei strahlendem Sonnenschein. Aber Marc verlassen seine düsteren Gedanken nicht. Jetzt hat er einen Entschluss gefasst, der endgültig erscheint. Ich gehe nicht in die Heroinambulanz zurück. Und ich möchte es auch nicht mehr. Ich habe diese Spritzen satt. Ich habe es satt, ewig in dieser Mühle zu stecken, dass du morgens Gedanken machen musst, wie überstehe ich den ganzen Tag. Ich möchte es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Und wenn es eine Zukunft gibt und eine Perspektive gibt, dann auf jeden Fall nur ohne Substanzen. Definitiv. Noch eine Weile Gartenbau und Hypnose. Rückzug in sein kleines Einzelzimmer. Kürzlich hat er sich ein wenig in eine Borderlinerin verliebt, die jetzt leider mit aufgeschnittenen Pulsadern in einer anderen Klinik liegt. Borderliner wie er, das heißt Leben auf der Grenze. Heißt emotionale Persönlichkeitsstörung zwischen Angstzuständen und Depressionen. Nur noch schwarz oder weiß sehen. Zwei Monate später muss Marc seine Wohnung in Hamburg-Rahlstedt räumen, hofft neuerdings auf eine Traumatherapie in Süddeutschland. Verzweifelt habe er den Eltern geschrieben, aber keine Antwort erhalten, sagt er. Er fürchte, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm wünschen. Am Högerdamm hat er sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Marc wirft jetzt alte Spritzen weg, von deren Besitz er gar nichts mehr wusste. Ja, als ein Scheißgefühl. Also im Moment baut sich damit auch ein tierischer Druck im Moment auf. Also es geht mir überhaupt nicht gut damit. Keine Hoffnung für einen neuen Start? Derweil Sven Uwe, endlich wieder Fuß gefasst. Eine eigene Wohnung bezogen, die er sich hübsch herrichtet. Naja, und wenn ich halt eben fertig bin mit Streichen, die Küche fertig ist auch, wie gesagt, die Ablagefläche drin ist und genau das neue Spielbecken, naja, der Flur ist ja fast fertig, füllen noch die Decke, na, Wohnzimmer einmal oben rum, so, ne? Ja. Na, und dann wird erstmal die Küche ausgeräumt und neu gemacht. Und dann richte ich mich ein, so nach und nach, ne? Dann kommen die ganzen Möbel und der ganze Kram. Es klingt paradox. Die Behandlung mit der Droge, die seinem Leben so zugesetzt hat, für Sven Uwe ist sie lebenswichtig. Ja, ich schaffe es zurzeit ja auch, um mich zu halten. Ich bin seit, das, was ich unter Heroin erreicht habe, dass ich zum Beispiel auch ballkonsumfrei bin, seit elf Monaten jetzt. Also, kann nichts mehr nebenbei, auch keinen Kurs oder dergleichen. Ja, schaffe ich zu halten. Und das hätte ich, glaube ich, nicht erreicht, wäre ich nicht in dem Projekt gewesen oder so. Also, das hat mir schon was gebracht, das Ganze. Wieder in einer Hamburger Klinik sehen wir Mark mit einem Bärchen als Schutzengel, den ihm die Mutter geschenkt hat. Mit seinen Eltern hat er endlich wieder Kontakt. Trost in extremer Situation. Mark musste ein Fuß amputiert werden, Folge eines Arterienverschlusses nach einer Injektion von aufgelösten Tabletten in der Leistengegend. Du bist der wichtigste Schauspieler im Theater deines Lebens. Dieses Plakat hat sich Mark momentan drogenfrei an die Wand gehängt, neben eigene Bilder. Ich habe mich für mich entschieden, als ich im UKE war, ich will die Prothese, ich will damit leben, ich will wieder Sport machen. Und vielleicht muss das so kommen, auch wenn es traurig ist. Aber vielleicht war das der Schritt für mich persönlich, wo er einfach sagt, gut, das war es dann. Jetzt hat sich es auch erledigt. Weil noch ein Bein, ich habe nur noch eins, also das kann ich nicht auch noch verlieren. Können Sie sich vorstellen, nochmal irgendwie zum Högerdamm zurückzugehen und in das Heroinprojekt wieder aktiv einzusteigen? Nein, nein, die Zeit ist für mich durch. Das wäre für mich ein Rückschritt. Also ich will nach vorne gucken und ich will die Therapie machen und hoffe, dass ich danach irgendwie normal leben kann. Dass ich wieder Arbeit habe, eventuell Freunde oder Bekannte, einfach ein klinies Umfeld. Ich habe mit diesen Menschen, also ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Insgesamt zeichnet sich gegen Ende der Studie eine deutliche gesundheitliche Verbesserung der Patienten ab und ein Rückgang des illegalen Drogenkonsums. Herbst 2005. Susanne, sichtlich mitgenommen von einer zehrenden, aber erfolgreichen Therapie gegen ihre chronische Hepatitis. Jetzt fürchtet sie mit den anderen Patienten, die Heroinvergabe könne nach dem Ende der Studie je abgebrochen werden. Das wäre fatal. Das wäre, ich kann das nicht mit, also psychischer Zusammenbruch. Das haben wir zusammen durchgelesen. Aber ich will einfach nochmal, dass du auch guckst, Heinz, wenn wir hier stehen, dann haben wir hier auch stehen. Heinz, muss ich nochmal eine zweite Einwilligung haben von dir? Das hat einfach formale Gründe, was ich auch richtig finde. Du weißt, dass du jederzeit ohne Angabe von Gründen aussteigen kannst. Dass dir daraus kein Nachteil bezüglich einer weiteren Behandlung passieren darf. Jetzt hoffentlich nicht in die Kontrollgruppe, denn Methadon verträgt der nicht gut. Muss die Nummer 3 kommen da, 100003. Ja. So, du guckst bitte, die ganzen Siegel sind unversehrt. Weil ich nie Glück hatte, bin ich ja mal echt. Du bist in der Methadongruppe drin. Methadon? Und im Case Management. Du weißt, du hast jetzt noch Zeit, dir das zu überlegen auch. Du weißt, dass du nach einem Jahr in der Heroingruppe nachrücken kannst, wenn du in der Behandlung folgst. Also ist es im Grunde genommen im Moment für dich, sag ich mal, eine große Enttäuschung, dass du jetzt in dieser Methadongruppe gelandet bist und stehst dann auch noch vor der Entscheidung, dich für ein Jahr erstmal auf ein Medikament einzulassen, wo du schlechte Erfahrungen mitgemacht hast. Also im Grunde genommen eine ganz schwierige Situation. Ist es, ja. Muskelkrämpfe? Ja, etwas, aber nicht viel. Zeig mir mal deinen Puls. Der Rastung nicht. Was denkst du selbst, wann du was brauchst? Na, lange dauert es nicht mehr. Was heißt das? Es ist ja relativ. Es dauert vielleicht nur eine Stunde. Eine Stunde, okay. Wir müssten jetzt möglichst die Blutentnahme machen können und die Untersuchung, weil die muss vorher laufen. Sven Uwe in dringlicher Erwartung seines ersten Schusses sauberen Gratis-Heroins. Vorher noch rasch ein paar Untersuchungen. Ja, da könntest du auch treffen, wenn du Glück hast. Hinter einer Trennscheibe aus Panzerglas der Hochsicherheitstrakt. Spritzen verschiedener Kanülengröße werden hier aufgezogen mit in Wasser gelöstem Diamorphin. So heißt das von einem europäischen Pharmaproduzenten aus Rohopium hergestellte Heroin das in einem Tresor verwahrt wird. Alle paar Wochen wird hier mehr als ein ganzes Kilo angeliefert. Aber den Transport zu filmen bleibt uns kategorisch verwehrt. Die erste Spritze der drei Jahre dauernden Heroinstudie in Hamburg. Bestimmt für Sven Uwe, der ab jetzt nicht mehr 100 Euro täglich auftreiben muss, um seine Sucht zu stillen. Ist das denn hier von dir oder was? Ja. Injektion unter Gen... Konntet ihr ihn absolut nicht wahrnehmen. Ihr müsst andauernd wieder irgendwelche Einwilligungen unterschreiben. Und die Einwilligung geben, dass wir euch untersuchen, dass ihr einverstanden seid. Ihr bindet euch damit aber an nichts. Keiner, du auch nicht. Du kannst morgen sagen, tschüss. Ich finde das super, dass das auf den Gläufe weil also ich habe kein Bock mehr auf den Dreck. Wenn zur Untersuchung eines möglichen Teilnehmers Blut abgenommen werden muss, gibt es häufig Probleme wegen kaputter Venen. Wie können denn die Patienten sich selber spritzen, wenn die Venen... In die Leisten. In die große Leistenvene. Das ist natürlich gefährlich. Wenn da mal ein Abszess ist, da sind die ganzen großen Gefäße fürs Bein, dann ist also ein generalisierter Infekt für den Körper nicht mehr fern und das kann lebensbedrohlich sein oder gefährlich fürs Bein. Der 35-Jährige in banger Erwartung, ob er die Kriterien für die Studie erfüllt. Sie brauchen eine ganze Menge, ne? Ja, weil wir die ganze Infektionstherologie für Hepatitis und HIV nochmal machen müssen, auch wenn es Werte gibt. Wir sind bei der Studie gehalten, nur die eigenen Ergebnisse zu verwenden. Und dann werden wir dich beim nächsten Termin gleich bei der Expertenkommission, sobald alles hier ist, vorstellen. Also bist du gut wie drin. Um welche Gruppe, kann ich nicht sagen. Ist ja klar. Ob in die Gruppe, die hier am Högerdamm täglich Heroin erhält oder in eine für die Studie ebenso wichtige Vergleichsgruppe, die sich mit der wenig beliebten Ersatzdroge Methadon befasst, entscheidet das los. Seit 20 Jahren ist Sven Uwe, gelernter Zimmermann, heroinabhängig erzählt, wie es ohne ist bei Entzug. Ja, da fängt man an zu frieren, die Nase fängt an zu laufen. Ja, und je länger man wartet, dann fängt man die Knochen an, weh zu tun, die Beine an zu zittern, die Arme. Man ist teilweise körperlich, fühlt man sich völlig erschöpft. Aber das Problem ist irgendwie, man kann nicht ruhig sitzen, man kann nicht ruhig liegen. Man fängt an zu schwitzen, zu frieren. So alle 20 Minuten kommen halt eben, ja, Schüttelanfälle, so ein frostiges Zittern, wie, ja, was wenn man Fieber hat oder gleich noch eine steigende Grippe. Und das geht über Tage hinweg. Und man kann einfach nicht einschlafen und die Arme nicht ruhig halten und die Beine. Da wird noch der Nummernaufruf geprobt im großen Wartesaal der Drogenambulanz. Als erster Patient der Studie zittert Sven-Uwe, ob ihm ein gütiges Schicksal heute den mühelosen Weg zu reinem Heroin beschert. Premiere auch für die begleitenden Ärzte. Wir wissen auch nicht, was in dem Umschlag drin ist, jetzt, wenn du jetzt gleich ziehst. Ja. Wir wissen es nicht vorher, wir konnten es auch vorher nicht bestimmen, haben noch keinen Einfluss drauf gehabt. Okay. Den 28. August 2002 wird Sven-Uwe nicht vergessen. Endlich mal ein Volltreff. Der nächste bitte. Heinz, gelernter Fliesenleger, 47 Jahre alt. Seit 32 Jahren heroinabhängig. Mit 13 Hasch, mit 15 der erste Schuss, erzählt er. Wegen Beschaffungsdelikten insgesamt sieben Jahre hinter Gitter. Hast du ein Merkblatt von mir bekommen? Ja, hatte ich. Das hast du auch dir durchgelesen, haben wir zusammen durchgelesen. Aber ich will einfach nochmal, dass du auch guckst, Heinz, wenn wir hier stehen, haben wir hier auch stehen. Heinz, muss ich nochmal eine zweite Einwilligungsjahr haben von dir? Das hat einfach formale Gründe, was ich auch richtig finde. Du weißt, dass du jederzeit ohne Angabe von Gründen aussteigen kannst. Dass dir daraus kein Nachteil bezüglich einer weiteren Behandlung passieren darf. Jetzt hoffentlich nicht in die Kontrollgruppe, denn Methadon verträgt der nicht gut. Muss die Nummer 3 kommen da, 1003. Ja. So, du guckst bitte, die ganzen Siegel sind unversehrt. Weil ich nie Glück hatte, bin ich ja mal echt. Du bist in der Methadongruppe drin. Methadon? Mhm. Und im Case Management. Du weißt, du hast jetzt noch Zeit, dir das zu überlegen auch. Mhm. Du weißt, dass du nach einem Jahr in der Heroingruppe nachrücken kannst, in der Behandlung folgst. Also ist es im Grunde genommen im Moment für dich, sag ich mal, eine große Enttäuschung, dass du jetzt in dieser Methadongruppe gelandet bist und stehst dann auch noch vor der Entscheidung, dich für ein Jahr erstmal auf ein Medikament einzulassen, wo du schlechte Erfahrungen mitgemacht hast. Also im Grunde genommen eine ganz schwierige Situation. Ist es, ja. Muskelkrämpfe? Ja, etwas, aber nicht viel. Zeig mir mal deinen Furs. Der Rausch noch nicht. Was denkst du selbst, wann du was brauchst? Na, lange dauert es nicht mehr. Was heißt das? Es ist ja relativ. Ja, sagen wir vielleicht noch eine Stunde. Eine Stunde, okay. Wir müssen jetzt möglichst für dich die Blutentnahme machen und die Untersuchung, weil die muss vorher laufen. Sven Uwe in dringlicher Erwartung seines ersten Schusses sauberen Gratis-Heroins. Vorher noch rasch ein paar Untersuchungen. Ja, da könntest du auch treffen, wenn du Glück hast. Hinter einer Trennscheibe aus Panzerglas der Hochsicherheitstrakt. Spritzen verschiedener Kanülengröße werden hier aufgezogen mit in Wasser gelöstem Diamorphin. So heißt das von einem europäischen Pharmaproduzenten aus Rohopium hergestellte Heroin, das in einem Tresor verwahrt wird. Alle paar Wochen wird hier mehr als ein ganzes Kilo angeliefert. Aber den Transport zu filmen bleibt uns kategorisch verwehrt. Die erste Spritze der drei Jahre dauernden Heroinstudie in Hamburg. Bestimmt für Sven Uwe, der ab jetzt nicht mehr 100 Euro täglich auftreibt. Hier in dem Archiv finden wir für jeden Patienten eine Akte. Eine Akte, wo alle Ergebnisse dann hineinkommen. Diese Akte hat jeweils eine Nummer. Hier sind keine Namen der Patienten zu finden. Es ist also alles anonym. Wir haben hier 1032 Akten von den sieben Städten, die wir hier finden. Und diese Ergebnisse werden dann in ein Computer eingescannt. Und dann gibt es ein Computerprogramm, welches diese Daten überprüft. 1032 Schicksale aufgezeichnet. Eine Viertelmillion sind seitengeliefert aus fünf Bundesländer. 17 da, 18 da, 19, 28, 29, 30 fehlt. 35 da. Ein Team aus Ärzten, Psychologen, Soziologen und Gesundheitswissenschaftlern schickt die Ergebnisse von Hamburg aus an das Bundesinstitut für Arzneimittel in Berlin. Das entscheidet dann zunächst mal über die Zulassung von Heroin als Medikament. Resultat noch offen, Tendenz aber positiv. Über wen sind die eingestiegen und dann sollte man es übertragen. In einem gepflegten Wohnviertel hat derweil Sven Uwe endlich wieder Fuß gefasst. Eine eigene Wohnung bezogen, die er sich hübsch herrichtet. Naja, und dann, wenn ich halt fertig bin, mit Streichen, die Küche fertig ist auch. Wie gesagt, die Ablagefläche drin ist und genau das neue Spielbecken. Naja, Flur ist ja fast fertig, füllen noch die Decke. Na, Wohnzimmer einmal oben rum, so, ne? Ja. Na, und dann wird erstmal die Küche ausgeräumt und neu gemacht. Und dann richte ich mich ein, so nach und nach, ne? Dann kommen die ganzen Möbel und der ganze Kram. Es klingt paradox. Die Behandlung mit der Droge, die seinem Leben so zugesetzt hat, für Sven Uwe ist sie lebenswichtig. Ja, schaffe es zur Zeit ja auch und mein Zuhause zu halten. Ich bin seit, das was ich unter Heroin erreicht habe, dass ich ja zum Beispiel auch ballkonsumfrei bin, seit elf Monaten jetzt. Also, kann nichts mehr nebenbei, auch kein Kurs oder dergleichen. Ja, schaffe ich zu halten. Und das hätte ich, glaube ich, nicht erreicht, wäre ich nicht in dem Projekt gewesen oder so. Also, das hat mir schon was gebracht, das Ganze. Wieder in einer Hamburger Klinik sehen wir Mark mit einem Bärchen als Schutzengel, den ihm die Mutter geschenkt hat. Mit seinen Eltern hat er endlich wieder Kontakt. Trost in extremer Situation. Mark musste ein Fuß amputiert werden, Folge eines Arterienverschlusses nach einer Injektion von aufgelösten Tabletten in der Leistengegend. Du bist der wichtigste Schauspieler im Theater deines Lebens. Dieses Plakat hat sich Mark momentan. Ich gehe nicht in die Heroin-Ambilanz zurück und ich möchte es auch nicht mehr. Ich habe diese Spritzen satt, ich habe es satt, ewig in dieser Mühle zu stecken, dass du morgens Gedanken machen musst, wie überstehe ich den ganzen Tag. Ich möchte es nicht mehr, ich kann es nicht mehr und wenn es eine Zukunft gibt und eine Perspektive gibt, dann auf jeden Fall nur ohne Substanzen. Definitiv. Noch eine Weile Gartenbau und Hypnose. Rückzug in sein kleines Einzelzimmer. Kürzlich hat er sich ein wenig in eine Borderlinerin verliebt, die jetzt leider mit aufgeschnittenen Pulsadern in einer anderen Klinik liegt. Borderliner wie er, das heißt Leben auf der Grenze. Heißt emotionale Persönlichkeitsstörung zwischen Angstzuständen und Depressionen. Nur noch Schwarz oder Weiß sehen. Zwei Monate später muss Mark seine Wohnung in Hamburg-Rahlstedt räumen, hofft neuerdings auf eine Traumatherapie in Süddeutschland. Verzweifelt habe er den Eltern geschrieben, aber keine Antwort erhalten, sagt er. Er fürchte, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm wünschen. Am Högerdamm hat er sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Mark wirft jetzt alte Spritzen weg, von deren Besitz er gar nichts mehr wusste. Ja, als ein Scheißgefühl. Also im Moment baue sich damit auch ein tierischer Druck im Moment auf. es geht mir überhaupt nicht gut damit. Keine Hoffnung für einen neuen Start? Neustart überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Eigentlich eher Trauer, Traurigkeit, so dieses Ding, dass wir echt hier nichts Maßnahmen haben wollen. Ich habe hier niemanden mehr und was soll ich jetzt noch hier machen im Endeffekt. Mark fühlt sich Mutterseelen allein und völlig überfordert. Er hat Angst, draußen nicht zu überleben. In der Heroinambulanz am Högerdamm finden sich jetzt immer mehr schwerstheroinabhängige Patienten ein, scheinen mehr und mehr Zutrauen zu dem Projekt zu finden. Im großen Wartezimmer treffen wir den Ägypter Eimann wieder, den wir vor längerer Zeit zur ärztlichen Voruntersuchung begleitet hatten. Wie hat sich Ihr Leben verändert in der Zwischenzeit? Ich habe Zeit für mich. Also ich brauche nicht mehr Geld immer machen für Stoff. Ich kann arbeiten gehen. Ich habe eine Wohnung jetzt. Was arbeiten Sie? Ich bin Informatiker. Ich helfe Computer, installieren, Computer vernetze. Früher habe ich gar keine Zeit gehabt. Da muss ich immer hinter dem Geld kommen. Weiter, 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 weiter. Gut. So, dann gehst du da jetzt rein und meldest dich da, ja? Okay. Wegen Beschaffungsdelikten insgesamt sieben Jahre hinter Gitter. Hast du das Merkblatt von mir bekommen? Ja, hatte ich. Das hast du auch da durchgelesen, haben wir zusammen durchgelesen. Aber ich will einfach nochmal, dass du auch guckst, Heinz, wenn wir hier stehen, haben wir hier auch stehen. Heinz, ähm, äh, muss ich nochmal eine zweite Einwilligung haben von dir? Das hat einfach formale Gründe, was ich auch richtig finde. Ja. Du weißt, dass du jederzeit ohne Angabe von Gründen aussteigen kannst. Ja, ja, ja. Dass dir daraus kein Nachteil bezüglich einer weiteren Behandlung passieren darf. Jetzt hoffentlich nicht in die Kontrollgruppe, denn Methadon verträgt der nicht gut. Muss die Nummer drei kommen, 1003. Ja. So, du guckst bitte, die ganzen Siegel sind unversehrt. Weil ich nie Glück hatte, denn ich habe mal echt, aber, du bist in der Methadongruppe drin. Methadon? Mhm. Und im Case Management. Du weißt, du hast jetzt noch Zeit, das zu überlegen auch. Mhm. Du weißt, dass du nach einem Jahr in der Heroingruppe nachrücken kannst, in der Behandlung folgst. Mhm. Also ist es im Grunde genommen im Moment für dich, sag ich mal, eine große Enttäuschung, dass du jetzt in dieser Methadongruppe gelandet bist und stehst dann auch noch vor der Entscheidung, dich für ein Jahr erstmal auf ein Medikament einzulassen, wo du schlechte Erfahrungen mitgemacht hast. Also im Grunde genommen eine ganz schwierige Situation. Ist es, ja. Ja. Muskelkrämpfe? Ja, etwas, aber nicht viel. Zeig mir mal deinen Puls. Der Rastung nicht. Was denkst du selbst, wann du was brauchst? Na, lange dauert es nicht mehr. Was heißt das? Das ist ja relativ. Ja, sagen wir vielleicht mal eine Stunde. Eine Stunde, okay. Wir müssten jetzt möglichst die Blutentnahme machen können und die Untersuchung, weil die muss vorher laufen. Sven-Uwe in dringlicher Erwartung seines ersten Schusses sauberen Gratis-Heroins. Vorher noch rasch ein paar Untersuchungen. Ja, da könntest du auch treffen, wenn du Glück hast. Hinter einer Trennscheibe aus Panzerglas der Hochsicherheitstrakt. Spritzen verschiedener Kanülengröße werden hier aufgezogen mit in Wasser gelöstem Diamorphin. So heißt das von einem europäischen Pharmaproduzenten aus Rohopium hergestellte Heroin, das in einem Tresor verwahrt wird. Alle paar Wochen wird hier mehr als ein ganzes Kilo angeliefert. Aber den Transport zu filmen bleibt uns kategorisch verwehrt. Die erste Spritze der drei Jahre dauernden Heroinstudie in Hamburg. Bestimmt für Sven-Uwe, der ab jetzt nicht mehr 100 Euro täglich auftreiben muss, um seine Sucht zu stillen.